Grüß euch, Servus, liebe Zuschauer auf DCTV, unserem, ja, auch Boulevard-Magazin und heute ein schönes Boulevard-Thema auf Twitter, ist heute auch in den Trends der Hashtag Paulanagarten. Für die, die es nicht wissen, um was es da geht, Geschichten aus dem Paulanagarten, es gab mal so eine Werberei der Paulaner Brauerei aus München, die da so, ja, unwirklich rüber kamen, ja, dass man dann dazu überging, offensichtlich ziemlich unglaubwürdige Geschichten dann mit Paulanagarten sozusagen zu bezeichnen, ja, dass man sagt, hey, wer soll das bitte glauben, ja, und es gibt wirklich schöne Beispiele, es gibt noch viel mehr, ich habe jetzt hier ein paar rausgesucht, damit ihr euch vorstellen könnt, was damit gemeint ist, es ist teilweise unglaublich, ja, da haben wir hier zum Beispiel, also das ist jetzt hier immer diese, ja, das Bild dafür, das Symbol, das Gift dafür, Geschichten aus Paulanagarten und da haben wir hier schon mal, ja, Groslav, es geht schon wieder los, Judgment Day, ARK, Richter, was weiß ich nicht, K1, das ist auch so eine Geschichte, ja, es gibt Leute, die bezeichnen ihre Kinder wirklich mit K1 und K2, ja, muss ich auch mal überlegen, ja, wessen Geistes Kind diese Leute sind und in welcher psychischen, emotionalen Verfassung die sich befinden. K1, während Frau und ich Online-Geschenke aussuchen und über Rabatte reden, wenn ihr da so viel spart, dann könntet ihr ja das ganze gesparte Geld ja einfach spenden und wisst ihr was, ja, genauso wird es bis zum Ende des Jahres gehandhabt, wer macht alles mit? Also, da sind wir schon mal nah dran, am Paulanagarten ist mir noch nie passiert, ich habe noch nie gehört, dass ein Kind bei Weihnachtsgeschenken seine Eltern auffordert zu sparen und das gesparte Geld zu spenden, ja, dann haben wir hier Prominente, Paulanagarten, Renate Künast, am 18. November, gar nicht lange her, sitze mit Mantel und drei, dritter Tasse heißes Wasser, ja, vor allem heißes Wasser, auch zum Händewärmen im Büro. Ich zweifle, dass das 19 Grad sind, das ist auch alles hier orthografisch unterirdisch, ja, absolut, ja, nächste Woche komme ich mit Decke, Wärmflasche und Hut, ja, wer will das glauben, dass eine Bundestagsabgeordnete mit Mantel und vor allem dritter Tasse heißes Wasser, wir nennen, mache ich einen Tee, ja, aber wer trinkt denn bitte heißes Wasser, also, okay, ja, vielleicht ist es auch wirklich warm, wer weiß. Diejenigen, die sich über die Klimastraßenkleber jetzt so effrischieren, sind großteils identisch mit jenen, die kein Problem dabei sahen, dass Corona-Leugner-Krankenhaus-Zufahrten blockierten und Ärzte und Pflegerinnen anpöbelten. Habe ich jetzt so, ist es an mir vorbeigegangen, ja, diese Ereignisse, ich habe da dazu keine Meldung gehört in der ganzen Zeit, wo das eine Rolle spielte und spielt. Heute ein kleiner, fünfjähriger Patient zu mir, du, wenn ihr erwachsenes Klima so kaputt macht, kann ich das, wenn ich groß bin, wieder, vor allem wenn ich Großkomma bin, ja, das ist ein Arzt, ja, also jedenfalls kann man davon ausgehen, wenn ein Patient, wenn er von Patient spricht, kann ich das, wenn ich groß bin, wieder heile machen. Eine kleine andere Patientin, ebenfalls fünf Jahre, fällt ihr ins Wort. Wir müssen aber erst sauber machen. Ich schäme mich so. Ja, gut, dann sollte er mal schön weiter in seiner wunderbaren Angststörung verweilen und sich da einfach wohlfühlen, ja, aber wieso wird es dann, werden wir dann auf Twitter damit belästigt, überlegen, fünfjähriger, kann ich das, wenn ich groß bin, wieder heile machen und eine andere Patientin, ebenfalls fünf Jahre, wir müssen aber erst sauber machen. Meine Tochter, neun, heute früh, Mama, bitte kriegst das mit dem CO2 in den Griff, sonst sehen meine Kinder gar keinen Schnee mehr. Und mir schwant, wenn wir später mal zurückblicken, dass Suppe auf Bildern unser geringstes Problem gewesen sein wird, sie meint damit die letzte Generation oder irgendwelchen anderen Klimaterroristen, die auf alte Meister, Kunstwerke, alter Meister, irgendwie Tomatensuppe geschüttet haben, ja. Margarete Storkowski, sie hat mich blockiert, aber es ist Gott sei Dank hier ein Screenshot. Original, jedes Mal, wenn ich mit dem Humpelfuß rausgehe, quatschen mich cute, also cute ist niedlich süß, cute Migra-Boys an, was mit dem Fuß ist, ob alles okay ist, welche Sportverletzungen sie schon alles hatten. Es ist so lieb, bisschen wie wenn man mit einem Welpen rausgeht, ha, ha, ha. Also wenn man jetzt auch relativ neu, dass die cuten Migra-Boys Frauen so ansprechen und sich nach ihnen erkundigen, ob alles okay ist. Ja, Pananagarten, wie gesagt, hier haben wir ihn nochmal. Und hier haben wir, Kollegin 62 war vor mir im Raum und hat mit der Klasse einen Penis gezeichnet und ich befürchte, dass dieses Kunstwerk nicht von den Schülern kam, von Fahnen-Fan, Pädagoge. Und blöd nur, dass die Tafel für mich, ich mach's mal groß, wirklich für die Geschichte ein bisschen zu arg sauber aussieht. Das sieht fast so aus, als ob das eine unbeschriftete Tafel gewesen wäre und über Photoshop dann nachträglich das dann eingepflanzt wurde. Welche Schultafel sieht bitte so aus, mit dem Schwamm ja auch akkurat, sauber, kein Staub, kein nichts, ja, kein Kreidestaub, gar nichts, ja, genau, alles klar. Ja, Grüße aus dem Polanagarten. Halbblutlehrerin, ja, sind die Lehrer auch, ist auch eine Lehrerin, Nachtläuferin, ist ja auch egal. Wenn man in eine U-Bahn einsteigt, dann kaum jemand Maske trägt, wirkt ein, Achtung, drücken Sie mir doch bitte alle die Daumen, ich war gerade beim PCR-Test, garniert mit einem ordentlichen Husten, sehr motivierend für die Umstehenden, auf die Umstehenden die Maske aufzusetzen, für sie getestet. Ja, genau so wird es gewesen sein. Ah, den hat man schon, den habe ich doppelt drin, K1 mit Rabatten. Ähm, das ist jetzt hier so ein richtiger Klassiker, gerade ermahnt mich ein aufgebrachter Mann in der Bahn, weil ich zum Kaffee trinken die Maske abnehme, er zeigt mir seine Kripo-Karte, nur Wasser sei erlaubt, das hier, das ist hier kein Restaurant. Kripo-Karte, was soll denn das sein? Ich habe für solche Fälle auch immer eine Karte dabei, Mickey Mouse, Detektiv-Club, ja. Ähm, also Kripo-Karte, also entweder er hat eine Marke, also aus Metall, oder er hat einen Dienstausweis, aber eine Kripo-Karte, das kann dann wahrscheinlich eher nur hier der Mickey Mouse-Detektiv-Club gewesen sein. Ähm, auch, ach, auch gut gealtert, Antje Kappek am 20. April, das war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, meine Siebenjährige und ihre Freundinnen heute so, Akab, Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock, frage ich, wie kommt ihr denn da, wie kommt ihr denn drauf? Antwort, die ist voll cool, die wird Bundeskanzlerin. Gänsehaut, Moment, liebe Annalena Baerbock, du bist jetzt schon ein Rollenmodell für Mädchen. Genau, die ist voll cool, die wird Bundeskanzlerin. Ähm, Dimo, das ist auch so eine Geschichte, wenn du eine Geschichte erzählst und schon die Voraussetzungen, äh, die da vorkommen, nicht zeitlich zueinander passen. Als die erste Staffel Big Brother lief mit Jürgen und Slatko, war mein bester Freund beruflich in Kleipeder und wir haben abends gemeinsam, äh, Fernsehen geschaut und via Skype gelästert. Das war lustig und der einzige Grund für mich, solchen Humbug zu gucken. Äh, es ging doch um Promi Big Brother. Dennis Van Berlin, äh, hat da, äh, durchaus, äh, Bedenken, sag ich mal, angemeldet. Skype wurde 2003 erst eingeführt, Staffel 1 mit Slatko und Jürgen lief 2000. Geschichten aus dem Paulanergarten, also, wenn er die erste Staffel Big Brother, äh, praktisch zusammen verbunden über Skype mit einem Kumpel geguckt hat, äh, dann kann es jedenfalls nicht die erste gewesen sein, weil da gab es noch gar keinen Skype. Ja, köstlich. N.B. macht Kind darauf aufmerksam, dass das Wort Mama eine cisnormative Zuschreibung, ja, pass auf, hier, das Sunny, ich meine, gut, okay, also, da, Kind 8 suchte vorhin einen Namen für Stofftier. Mama, liest du mir aus dem Internet die Vornamen vor, die für alle Geschlechter sind? Das Stofftier soll weder männlich noch weiblich sein. Das ist mir zum Liebhaben nämlich egal. Na dann, willkommen im Kinderzimmer, Jamie Joy. Und, äh, das war jetzt mal hier der heutige Klassiker, deswegen hat sich auch der Hashtag gebildet, sozusagen. Johannes, Warwick, wer ist denn das eigentlich? Ach, ein Professor, Kurs Politikwissenschaft. Im ICE der Deutschen Bahn lausche ich unfreiwillig dem Gespräch von zwei CEOs über die erwartbare wirtschaftliche Lage im kommenden Jahr. Ich wünschte, ich hätte das nicht hören müssen. So, also, CEOs fahren ja grundsätzlich Bahn, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber woher weiß er denn, dass das CEOs waren und woher weiß er denn, äh, was, ähm, also, welche Firmen die, also, es ist wirklich so idiotisch, ja, also, das ist wirklich eine Geschichte, äh, lausche ich unfreiwillig dem Gespräch von zwei CEOs über die erwartbare wirtschaftliche Lage im kommenden Jahr. Das ist wirklich ein wichtigeter Tweet, wie er schönerlich sein kann. Ja, äh, hier haben wir sie, die Geschichten aus dem Bananagarten. Bananagarten, äh, nur ein kleiner Auszug, es gibt da wirklich viel, wo du echt sagst, wie kannst du sowas schreiben, auch, äh, K1, ähm, äh, brüllt die Eltern an, weil sie irgendwie Energie verschwenden und, und, äh, keine Ahnung, äh, weil die Erde verbrennt und, und was weiß ich, also wirklich teilweise in ein-, zweijährige Kinder werden solche Worte gelegt, ja, oder, äh, unglaublich, wirklich, ja. Ja, also wirklich, auch da sieht man mal, man kann ja gerne irgendwie lustig sein, aber bitte doch irgendwo auch noch, äh, bitte, äh, im Rahmen, dass man sagt, ja, okay, ja, äh, die, also wenn man, wenn der jeder Tweet-Verfasser hat, begeht leider den Fehler, äh, davon auszugehen, dass jeder so dumm ist wie er selber. Äh, Jimmy, ja, okay, und von daher, es ist auch der immer noch da, der alte Kater, süß. Ja, äh, in diesem Sinne, liebe Leute, das waren die Geschichten aus dem Molana-Garten, ein kleiner Auszug, und, wenn ihr so gut seid, abonnieren, teilen, liken, kommentieren, in der Beschreibung findet ihr, falls ihr Bock habt, auch noch Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, auf Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Macht es gut, ihr Lieben, Servus und danke fürs Zuhören. Ja, Jimmy, gleich. Also, es ist kaum zu glauben, auch das Niveau, äh, auf dem sich das hier abspielt, ja, äh, wo die sich irgendwie rumtreiben, diese, äh, komischen Twitter-Accounts, und, äh, wenn ich überlege, Professoren oder die Kühlast als Bundestagsabgeordnete, sitze ich hier bei der dritten Tasse heißes Wasser, äh, alles klar. Keine weiteren Fragen mehr, vielen Dank für das Gespräch und, äh, Tschisikowski. Ha, ha, ha.